Ah, Geldschwa. Was ist das? Das ist nämlich das was ich meine, bevor ich irgendwas übersehe, lieber die ganze Gegend nochmal erkunden. Okay. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich, Aron. Verstanden. Ihr entlang, Monsieur. Ach, und ich soll jetzt mit dem Froschschenkel hält? Okay. Die Asche ist noch warm. Das ist ja echt geil gemacht. Als ob ich einen Film gucke. Das ist ja echt geil gemacht. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja geil gemacht. Vielen Dank. Hey! Du gestocheltes Schwein! Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner! Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Was müssen wir tun? Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpft! Schließt euch uns an! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Empire! Abschaum nennen sie euch. Eine Schande für das Empire. Wir wurden entdeckt. Ich sage, das Empire ist eine Schande. Die Königin sitzt im schönen Palast auf ihrem dicken Hintern. Trinkt ostindischen Tee und lebt von dem Schweiß und dem Blut anderer Menschen. Eurem Schweiß! Ich weiß es nicht! Ich schwöre! Und wie zeigt es unsere geliebene Königin ihre Aufmerksamkeit? Deines Wegen ist sie tot! Nein, nein, nein! Wollten sie sich ihre Hände nicht schmutzig machen? Ah, richtig so. Wer Frauen schlägt, der hat nichts anderes verdient. Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Wir sollten durch diese Tür gehen. Da sollten wir aber erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Was sage ich doch? Bevor mir wieder irgendwas fehlt am Ende des Spiels. seiner Frau schlägt es nicht richtig. Ich fühle mich viel, bis hier. Ich fühle mich sie nicht ganz wichtig. Bis jetzt am Ende des Spiels. Ich rieue sie wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Spass. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeit entscheidend erforderlich. So, dann mache ich hier erstmal kurz einen Break, bevor es gleich weitergeht. Nicht zu schüchtern. Ähm...